Einen wunderschönen guten Morgen ist es ich, euer Garten Küchenfuchs. Herzlich willkommen zur neunten Ausgabe des Corona-Podcasts. Ja, gestern hat sich einiges geändert und zwar für alle von euch, die nicht in Bayern liegen. Ja, im Prinzip wird jetzt fast alles gleichgeschaltet, bis auf eine Regelung. Wir hier in Bayern dürfen uns immer noch nicht mit einer Person treffen, unserer Wahl, die nicht zum Haushalt gehört, zum Hausstand. Oder wie man das auch immer nennen mag. Aber im Prinzip ist jetzt alles Weitere zwischen den Bundesländern gleichgeschaltet. Sport in den Vereinen, wie zum Beispiel Jogging, ist erlaubt. Spazieren gehen ist erlaubt. Einkaufen gehen ist erlaubt. Das Treffen mit Freunden zwecks einer Geburtstagsfeier ist natürlich verboten. Ähm, das Treffen bei einer Karaoke-Party ist natürlich verboten. Ja, äh, was soll ich noch an Beispielen? Der Gang zur Arbeit. Wenn er noch arbeiten darf, darf natürlich arbeiten gehen. Ist jetzt wieder ein super Deutsch. Ja. Guten Morgen. Prost. Es ist 4.32 Uhr. Ja, 4.31 Uhr inzwischen. Wir haben den 23. März 2020. Und, ja, Leute, ich sag nur eins, durchhalten. Durchhalten, durchhalten, durchhalten. Nur wenn ihr euch jetzt an die, äh, Regeln haltet, die Frau Merkel gestern, äh, verlesen hat, bei ihrer kleinen, kleinen Pressekonferenz. Nur dann haben wir eine Chance. Nur dann haben wir eine Chance. Vermeidet unnötige Wege. Es ist zum Beispiel, äh, zwar erlaubt, 10 Kilometer zu fahren, und dann, äh, und dann da spazieren zu gehen. Aber, ist es wirklich nötig? Ich meine, jeder Gang, den man mehr macht, äh, ist ein Risiko, die man sich dann letzten Endes wieder aussetzt. Das sollte man sich dann überlegen, ob man das, äh, dann wirklich machen muss, ob man es machen darf. Weil, jeder Gang ist natürlich ein Risiko, sich mit Corona neu zu infizieren. Ich zum Beispiel, äh, äh, ich zum Beispiel bin seit, äh, im Prinzip Hand in Hand habe ich das Ganze schon so, seit, äh, der Katastrophenfall ausgesufen wurde, hier in Bayern. Nur noch zur, äh, zur Arbeit, beziehungsweise in diesem Zeitpunkt hatte ich ja Urlaub. Aber, ich war, seit der Katastrophenfall ausgesufen wurde, nur noch einkaufen und zu Hause. Und, als dann mein Urlaub vorbei war, Arbeit, Einkauf, zu Hause. Ich meine, gut, wir, wir, also die Hobbygärtner, wir haben da einen gewaltigen Vorteil. Wir haben einen Garten. Da können wir dann natürlich auch hin. Das heißt, theoretisch ist es auch erlaubt, äh, zu seinem Schrebergarten hinzufahren. Praktisch ist es ein Weg, den man wirklich, äh, wirklich machen muss. Ja, ich sag mal so, wenn man jetzt so ein Kohlrabi oder so aussäen will oder muss, wenn man seinen Garten auf Vordermann bringen muss, dass man Mitte, Ende Mai, äh, Mitte, Ende April meine ich, dann zum Beispiel die, äh, Zucchini und die Kürbisse ins Freiland zählen kann, dann muss man das natürlich in Kauf nehmen. Es ist nicht verboten, aber es ist, äh, ja, man muss ja die Mühe überlegen. Ist es das wert, äh, sich eventuell zu infizieren? Weil, äh, schon das kleine Kläuschchen mit dem Gartennachbarn am Zaun, äh, zu einer Infektion führen kann, falls der Gartennachbar, äh, Corona-positiv ist. Aber ich finde es gut, dass wir hier jetzt einheitliche Regelungen haben. Ich an der Stelle unserer Regierung, das ist jetzt nicht nur die Schuld von der Frau Merkel, sondern da haben sich die, äh, ja, die Regierungschefs der einzelnen Länder, die Ministerpräsidenten, einfach keine Platte drüber gemacht. Ich persönlich hätte ein Aus, äh, eine Ausgeh, äh, eine Ausgehsperre verhängt über ganz Deutschland, weil da sind so viele Idioten unterwegs, die, äh, die sind unverbesserlich, die werden auch jetzt noch unverbesserlich sein, die werden sich auch jetzt noch mit, äh, ihren Kumpels öffentlich treffen. Oder auch nicht ganz öffentlich, halböffentlich. Wo sie halt meinen, dass sie nicht gesehen werden. Aber ich habe auch festgestellt, es finden Kontrollen statt. Es finden Kontrollen statt, wie viele Leute in ein Haus reingehen, wie viele Leute wieder rausgehen. Also es wird jetzt nirgends geklingelt. Aber hier in der Straße sind zum Beispiel Zivilfahrzeuge von der Polizei durchgefahren und die haben da wirklich geschaut, wie viele Leute gehen irgendwo rein und wie viele kommen irgendwann dann wieder raus. Also die, die Streifen, die fahren. Und wenn ihnen was Spanisch vorkommt, wenn zum Beispiel anstatt haushaltsübliche Mengen an Menschen, entschuldigt den Ausdruck, wenn mehr als haushaltsübliche Menschen reingehen und wieder rauskommen, dann, äh, werden sie die Personen dann auch anhalten und wir versagen. Und das ist hier in Bayern zumindest offensichtlich am Wochenende ein paar Mal passiert. Es gab 160 Verstöße in, ja, eben in Bayern und das ist, wenn man bedenkt, dass allein 100 davon in München waren oder waren es 80, lag ich mich da nicht drauf fest. Allein in München. Unter anderem wurde in Bayern eine Schischa-Bar hochgelaufen, die die Fenster gut gedunkelt hatten, dass niemand reinschauen kann, ist natürlich verdächtig. Zack, war die Polizei auf dem Plan. Es wurden private Partys hochgenommen und die Beteiligten an diesen Partys, wie auch alle Beteiligten, die in der Shisha-Bar waren, werden hart bestraft. Denn das ist kein Bagatelldelikt, das ist eine Gefährdung der Sicherheit der Menschen, mit denen man zu tun hat und sich selbst. Nur ein Infizierter reicht, um alle anderen anzustecken, um alle anderen zu infizieren. Und das Ganze, die ganzen Auflagen, die wir als Volk jetzt bekommen haben, die dienen einfach nur dem Zweck, dass die Infektionsketten durchgerissen werden, durchgebrauchen werden. Und wir dann einfach die neue Infektionsrate auf Null runterbekommen. Sobald das über ein paar Tage der Fall ist, sobald die neue Infektionsrate ein paar Tage lang auf Null ist, wird das Ganze zurück wieder aufgegeben und wir können uns wieder vollkommen frei bewegen und das passt dann schon. Also Leute, seid vernünftig. Seid einfach vernünftig. Achtet auf euren Geldbeutel. So ein Verstoß kostet bis zu 25.000 Euro pro Person. Oder wahlweise pro Person zwei Jahre Knast. Also bitte, Leute, bitte. Seid vernünftig. Ich appelliere jetzt genau wie Frau Merkel an eure Vernunft. Bitte, bleibt mit eurem Arsch zu Hause. Weil solange ihr da draußen Scheiße baut, ja, ich weiß, Scheiße sagt man, sagt man nicht. Dafür entschuldige ich mich jetzt auch für den Ausdruck. Aber solange ihr da draußen nicht vernünftig seid, geht mir hier mein Allerwertester auf Gesundheit. Und auch wenn ich jetzt relativ gelassen wirke und ruhig, ich habe Angst. Ich habe wirklich panische Angst. Ich kann nachts nicht mehr richtig schlafen. Und ich könnte für meinen Teil wesentlich besser schlafen, wenn ich wüsste, dass ihr wirklich mit euren Hintern zu Hause bleibt und einfach nirgends hingeht, außer eben zur Arbeit und einkaufen und dann wieder nach Hause. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, bleibt gesund, macht's gut. Also bitte, ciao, ciao, schalom und goodbye.